Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge FragFest auf meinem Kanal. Ja ich habe das Spiel schon seit Release, habe es auch gezockt, wie ist das? Also ich habe Speicherstand gelöscht, ich will jetzt halt ein bisschen was bringen, deswegen Level 1. Wir fangen auch komplett von vorn an, also wir haben wirklich nichts, deswegen gehen wir direkt rein und ja hier haben wir halt das ganze Menü, wir können hier schon was auswählen, aber ich würde sagen wir machen erstmal die Rasenmäher Challenge. Wenn der Sound zu laut ist, könnt ihr ja gerne sagen, dann achte ich darauf, dass ich das beim nächsten Mal natürlich mit runterschraube, so ist es halt nicht. Und natürlich vielleicht finde ich ein paar Leute, die das mit mir online zocken, vielleicht von meinen Leuten, vielleicht jemand von euch gebock hat, auf ein paar online Folgen aufzunehmen. Müssen natürlich Reise sein, das Alter bestimmt. Und ja, genau, Klassen, HAD, wir können da Automatik, wir können das noch später tunen, aber ich würde sagen, wir starten mal. Ich hoffe natürlich der Sound ist nicht zu laut und ja, jetzt wollen wir ja mal nichts mehr zerstören. Außer nicht das Runterbehalt zerstören. Aber das ist schon wieder der Fall, das Runterbehalt zerstören. Ich muss ja sagen, ich habe das lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich auch nicht mehr so genau wie wo was war. Aber ey, probieren bitte was studieren. Ich sag, den ersten dominiert, dominiert, entschulde. So, das zweiten Mal jetzt mal runter gehauen. Ich will das natürlich gewinnen. Aber die fahren halt alle rum als, ja. Im Rasenmäher ist das halt echt nicht leicht. Aber solange ich nicht den kritischen Schaden kriege, ist eigentlich alles egal. Auch im Dämmenkreis, Schätze, kann ich nicht sagen. Aber gut. Nein. Verdammt. Ein paar Herausforderungen bestanden, aber ich würde mal sagen, unsere Maschine ist leider, 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 sie muss noch viel was aushalten, bevor das der Endeffekt ist. Ich will den Sieg. den nächsten dominiert. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Den nächsten haben wir. Uiuiui, das Auto ist halt der Hasenmäher, der ist auch nicht mehr so das. Runter vom Eis. Aber, das ist ja mal nicht so schlimm, ne? Nein. Fuck. Jetzt gibt's der Endeffekt mal ab. So muss das sein, doch. Fuck. Ich muss leider aufpassen, weil der Schaden, der ist ein bisschen knapp. Löschschaden, komm, einen will ich noch. Ah, kriege ich leider nicht. Doch kriege ich. Ach, zerstöpft. 3.314 Punkte. Jawoll. Das war doch ein schönes Air Force Trend. Sieger, so muss das sein. Und der Hasenmäher, ja. Der sieht auf jeden Fall gut aus, wenn ich mal behaupten. Sportlüfter, Sportkühler und Fahrzeugkäfig. Okay. Ja, das haben wir schon mal. Perfektomatico. Ich muss halt hochkommen. Ich brauch Fahrzeuge, damit wir auch online spielen können. Deswegen gehen wir doch mal direkt da rein. Last man standing. So. Aber gut. Komm, lass schneller hier. Aber wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Die Meinung nimmt gerne wieder in die Kommentare. Und, ja. Wenn ihr mir auch mehr sehen wollt, wenn ihr Lust drauf habt, lasst es mich gerne wissen. Und jetzt geht es natürlich ans Dominieren. Dominieren wieder. Tunen. Ja, gut könnte ich. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Deswegen schlatsam natürlich. Ja. Ja, hier ist der Fahrt natürlich. Apartment. Also. Ich kann sagen, dass ich den dann nochmal runterschrauben darf. Aber. Ich find das Spiel schon alleine gut. Weil ich überlebe und die restlichen Ausscheiden ist mir alles egal. Aber ich glaub, der Ton ist halt echt zu laut. Wuiiii. Ja. Das ist nicht geil. Ich mach mal schnell irgendein. Der Pound, der ist schon. Der muss ich kurz hinterschauen. Alter. Passt weiter. Der Pound immer noch echt zu laut sein könnte. Ja. Das tut mir leid, der hier nochmal ein bisschen rumfuchteln muss. Aber bei so einem geilen Pound Sound. Ja. Das sollte jetzt eigentlich ein bisschen besser gehen. Aber halt noch mehr kalt. Ja. Der Press Challenge. Ok. Da. 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 Ja. Ich brauch eine den, den sie nicht ausfantaschen kann. Deine. Die tabletten. Ich brauch inference. Ich weiß nicht, wie es im Online-App geht oder so. Im Start halt, ich finde die Idee. Kontakt. Spiel erreicht. Also, ich will mal was sagen. Das haben wir dann natürlich auch geschafft. Spiel auch erreicht. Mein Gegner wird fehlt anscheinend. Da kommen wir doch nicht mal raus, meine. An! Die Satze. Meine, acht Gegner sind noch drin. Ach so, okay. Gut, mein Auto lässt sich gewünschen übrig, aber... Das ist jetzt halt schon los. Das können wir müssen aushalten. Tag, der nächste ist weg. Ich sehe zwar auch nicht so gut aus, aber... Der V weg. So. Jetzt wird... Der V weg. Der V weg. Viel halte ich jetzt nicht nur auf. Da ist noch einer. Ah, den habe ich doch, ey. Komm schon. Das gibt sicher Schaden. Ja, was rollen die denn noch runter? Der V weg der Fluss. Genau, mach ruhig. Einerseits kaputt. Da! Eieie, komm schon. Ich brenne zwar, aber ich kann es nicht verziegen, aber ich fahre immer noch. So, komm hier muss doch noch irgendwo einer sein, da. Nein, verdammt, das kann es nicht sein. So, den habe ich, ein Gegner noch. Komm, wo bist du? Wo ist der Tür denn? Da. Komm her. Er endet. Habe ich jetzt gewonnen? Komm bitte, bitte, bitte. Jawoll. So muss das sein. Perfekt. So wie ich das. So und nicht anders. Aber gut liebe Leute, das war es hiermit schon wieder von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Haut die Meinung in den Kommentaren und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. eraldi. TL